war da haltet ja erhältlich sie geht okay sagst du jetzt mal wach kann man ich war recht begrüßt jetzt ja ich nehme hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ticket mit tim da mal wieder bambus internet hat und kai nicht zu hause weil er seiner oma helfen muss ja deswegen sind heute nütz 2 ja genau was schlägst du vor oder was machen heute dass man den keller weiter bauen ja ja unseren raum er ist heute schon gelaufen hast du hast du eine spielzeit oder muss ich ja energie ich habe wenn du wenn da ist vollgeklatscht mit scheiße dass ein paar sachen reinwerfen in den blöden rucksack was wollten wir hier weiter brauchen vergänge und schrott schlucht ähm was ach ja wollen ja hier den gang richtig fett weiter bauen in der tag in der tag äh hat wir haben doch jetzt die query laufen ne sind noch am produzieren die kann so ein bisschen marble holen und ihr habt keinen bock der stimmig schlaufe warte ich gehe gleich mal schnack die london london äh ja ich habe noch ein bisschen marble in der tasche gefunden ich habe einfach mal so 64 steinblöcke in einem rucksack wie immer was hab ich da drin nix ja in deinem Boden ist ja auch nix Timmy's Hoden ja da ist ja auch nix ja klarte du wegl warte eh 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 heh und da ist ja auch nix das hier zimmer ist Deil gebraucht ey naja wo ist unser scheiß robervote rübervote ja weiter nein ey 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 ich habe oben alle truhen auf und zu gehen ich habe nur fichtenholz richtig sauviel im inventar richtig sauviel richtig sauviel so dass man fünf stecks fichtenholz kohle was hast du denn was alles für alles probleme wofür willst du denn kugel hallo diese blöden töne wieder eine aufnahme ich brauche kohle für was denn hey wieso nimmst du nicht einfach benzin also nicht haben ja keinen benzinmotor ich habe was gefunden aber nur neu richtig spitz richtig spitz einfach spitz hat schon mal schnell hin latschen ach hast schon mal kai gesagt das ist haus behindert außen ja kai haus ne ja da müssen wir noch irgendwie fett veränderungen vornehmen das mal wegreißen das war ein laser bauen dann zum tschu dann tschu und tschu da kommt so ein nennen nein map leider fehler ja ja dann rejoin läuft bei mir ne aufnahme das ist der fett glaskaser kabel gelegt egal jetzt machte ich schon mal wenig wein warte ich ehren mal ein paar beugen ja komm doch her digga alter wer scheiß spinne ja hol die spinnenaugen für die ist extra puder ich hab nix enges ich hab nix ja ich hab nix alter ich brauche mal wieder ein neues schwert hier und dieser fiehpa zack zack bum 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 ist mir auch so bum 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 ey boah lass mich doch in ruhe wo ist denn fick dich ich bin ganz friedlich was gibt denn fick dich weil mich getötet ganz viel ganz friedlich skelett jawohl auf jeden fall ähm das sieht ja weil steilig aus hier unten bist du da noch am bauen ja klar ich hol grad mal richtig viel holz für die query dann können wir nicht mehr ein bisschen holzkrolle machen ja mach sofort hopp hopp jetzt hopp hopp ja nö machst du trotz nö doch wälzt jetzt die fresse und arbeitest ach reicht wir müssen mal wieder marvin knechten dass er uns ein paar sachen holt was muss er denn holen diamanten zum beispiel hä aber doch wie viel haben wir denn keine ahnung auf jeden fall weiß ich dass wir welche haben wir brauchen acht stück ich glaub zwei haben wir wir brauchen ja wir brauchen noch zwei grad so oh oh nein nein stimmt doch gar nicht oder warte mal ich muss überlegen wir brauchen vier 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 advanced circuits mit wir werden ja nur mit ähm damit close to redstone und abes gemacht mit dem scheiß rubber davon haben wir ja wohl genug ähm was was für die denn noch gemacht verdammte scheiß aus diesen fünf sie transmitter zum blauen scheiß teil und dann noch keine ahnung aber ja gleich nachschlagen nachschlagen hast du noch marble da unten kein einziges stückchen ein bisschen nicht mal mehr ein block ein zwei drei vier ficken zwei drei vier ok passt schön spielst du ist warum keine ahnung ich rechte die wand weg ich bin du ja ist wirklich so ey verdammt scheiß ding ist leer blabter wichser verdammter wichser apropos wo es macht hallo fick was denn dafür werde ich dich jetzt töten nein wüsste nicht ich bin ein ganzes bisschen mitbewohner hey wie konnte ich euch eigentlich erschießen damals wieder schrotze da war das da haben wir das noch aus also pvp dann habe ich es ausgemacht weil wir uns nur noch gekloppt haben und alle sich auch geregt hat ist aber witzig ja aber irgendwann hat das richtig an ja ja wir haben es voll gut eigentlich gerade kann ich klagen hier ist noch eine säge mühle kann ich klar ich verklage das spiel okay mach mal hey ihr wichser das war schon die hersteller beleidigen obwohl die hersteller ich wo ja macht ja alles gut erstmal einschleim ich brauche es unbedingt mabel alte ich bringe dass man die kreide gehen kann ich auch auf ja fick dich ich möchte euch hier freiwillig er zu packen jetzt sind okay Prozent nun ja ich werde überlegen wie ich das biofohl gemacht hat dieses bio und den bio treibstoffe wo wir brauchen wir gehen eben aber keine Ahnung die US-Zelle wie mache ich die US-Zelle mit einem Kompresspland und plantball macht man mit Weizen mit Scheiße oder mit anderen irgendwelchen Sachen haben wir richtig viele Seeds über von irgendwem ja von Robber-Sapplings haben wir richtig viel über von diesen blöden Scheiß-Teil die man sowieso nicht braucht doch nein diese diese Bäume die nur Sticks ergeben ich habe keinen Fisch mehr fuck toll schön ich habe Sticks hier im Inventar davon ich bin klar und scheiß Fisch erlaubt doch aber er liegt sieben kommt nicht mal mt die komm ich ja erhält sich nicht die Hälfte die Hälfte 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 Klappst auch nicht in drei Fische die kann man einfach aus blättern machen oder sitzling oder was sie auch sogar scheiße hier habe ich richtig viel scheiße ja das aber nicht richtig viel scheiße das ist wenig doch nett dass ich dir das jetzt ausgelegt hat ja ja kann ich noch vier plant balls mehr machen hier habe ich auch noch ein paar sitzen keine ahnung es kann bio schreibstoff herstellen irgendwann irgendwo für wird man das schon brauchen ja ist so jetzt brauche ich die billigen cells da haben wir so hoch schlecht wo mache ich das jetzt noch mal rein next nah nah nein wie schon wieder ein ladefehler ja das ist einfach nur schlecht danke okay bio full cell hauptsache meine hart mal kurz meinen ganzen schrott in der tiste entleeren die tiste eine kiste du willst den recycler bauen das ist der klausel an der decke haben wir so dicke ja wir haben schon die ganze zeit los da habe ich gemerkt schön dass ich davon auch heute das mit krieg mit dicke haben ja wichtig ist da gerade irgendwas bei mir im haus los also in der realität 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 im arschgeburt und so und ein bitte doch schön ja jetzt mal er hat gesagt ja was willst du sagst du sagst dann liegt erst mal ein kabel na kiste ich weiß ja manchmal ganzen alles was ich immer im winter hab da rein die kiste ist voll liegen die kiste ist auch voll die kiste sind leider will ich nicht den schrott reinpacken haben wir nur ein uranium kann ich gar nicht glauben kp warte selbst kann man doch auch verbrennen ja ich habe ihn aber selbst kannst du für bio voll benutzen und ich weiß nicht wofür man das brauchen ich meine jetzt für die krim ja die bringen wir nicht viel ich kann mich halt nur um die query nein oh doch du wirst einen recycler bauen wir haben richtig viel scheiße und die wir hier loswerden müssen sag mal hast du auf die uhr geguckt nö aua wie lange nehmen wir überhaupt schon auf weiß ich das hehehe nein ist ja unser problem wir wissen es halt nicht ach noch ein bisschen hehehe oh die schwelle geht jetzt schon zwei stunden alter katastrophe ähm den Minimumstein brauchen wir nicht wirklich ne ja wohl doch ja aber nicht so heftig aber nicht so heftig ja aber was willst du damit machen Tschüss.